Gutes Werkzeug erleichtert Schraube extrem. Deswegen stelle ich euch heute diese zwei praktische Helfer vor, die in keiner Simson Werkstatt fehlen dürfen. Und zwar sind es Warped Rotorhalter, damit ihr ganz einfach und sicher eure Mutter vom Polrad lösen oder auch befestigen könnt. Es gibt zwei Typen. Einmal der hier für die M53 M54 Baureihe. Der wird ganz einfach mit der Schraube formschlüssig in den Polrad in der vorhandenen Bohrung eingesteckt und hier hinten zusätzlich am Ritzel noch mal fixiert. Der hier, passend für die M500 M700 Baureihe, wird genauso einfach jetzt hier an den vorhandenen Bohrungen eingesetzt, mit der Welle hier hinten gesichert und dann könnt ihr ganz einfach die Mutter lösen oder anziehen. Wie jetzt hier in dem Fall optimalerweise mit Drehmoment 20 Newtonmeter ziehe ich das Ganze an und dann passt das perfekt. Und wenn ihr schon solche praktischen Helfer im Einsatz habt, dann schreibt es doch mal gerne in die Kommentare.